Die Tamrak Velocity Serie steckt voller innovativer Details. Das fortschrittliche Sling-Tagesystem kombiniert den Komfort eines Rucksacks mit der Funktionalität einer Schultertasche. Unterwegs tragen Sie die Tasche wie einen Rucksack. Der diagonale Gurt verteilt das Gewicht der Tasche dabei komfortabel am Körper. Wenn Sie auf Ihr Equipment zugreifen wollen, drehen Sie die Tamrak Velocity einfach mit einem Handgriff nach vorn. Der Reißverschlussdeckel öffnet anders als bei herkömmlichen Taschen vom Körper weg und erlaubt schnellen Zugriff auf die Kamera. Da Sie Ihre Hände frei haben, können Sie jederzeit auf Ihr Equipment zugreifen oder ein Blitzgerät auf die Kamera montieren. Im Deckel der Tasche befindet sich ein Zusatzfach zur sicheren Aufbewahrung von Zubehörteilen. Das weiche Material des Deckels schützt empfindliche LCD-Displays. Im großen Frontfach der Velocity-Taschen lassen sich Blitzgerät, Handy und andere Utensilien verstauen. Hier befindet sich auch Tamraks patentiertes Battery Management System. Dieses ermöglicht die getrennte Aufbewahrung von benutzten und unbenutzten Speicherkarten, Akkus und Batterien. Nach dem Shooting verstauen Sie einfach auf gleichem Weg Ihre Kamera und drehen die Tasche auf den Rücken. Die Velocity-Modelle 7X bis 10X besitzen einen verstellbaren Beckengurt, der die Taschen auch bei voller Belastung sicher auf dem Rücken hält. Die Velocity-Taschen lassen sich über das Modular-Accessoire-System, kurz MAS, mit zusätzlich verfügbaren Komponenten wie Wasserflaschen und Objektivköcher an die individuellen Bedürfnisse funktionell erweitern. Die Velocity-Slingbags sind in fünf unterschiedlichen Größen erhältlich. Als Modell 6X, 7X, 8X, 9X sowie als neuste Ausführung die 10X, welche sogar zwei SLR-Kameras mit angesetztem Objektiv Platz bietet. Tamrak ist der universelle Begleiter ambitionierter Fotografen und allen, die Spaß am Fotografieren haben. Für weitere Informationen über die Tamrak Velocity-Taschen besuchen Sie bitte unsere deutsche Website www.tamrak.de 22.de . . . . .